Zu Beginn hätte ich gesagt, sprechen über die UFC Fightnet, das ist einfach so das größte Thema, vielen Dank, das größte Thema dieses Wochenendes. Ja, keine Ahnung, waren schon gute Kämpfe, ich habe wieder nur die Maincard geschaut, habe über Vancom ein paar verrückte Dinge gelesen, da habe ich irgendwie so einen Tweet gesehen, dass die einfach einen Kickbox-Sieg über Valentina Shevchenko hat und irgendwie noch ein paar andere Records, die irgendwie beachtlich sind, ich glaube, ich finde es auf Anib jetzt nicht, aber wie gesagt, die hat im Kickboxen gegen Valentina Shevchenko gewonnen, hat gerade ihr Debüt gemacht und ich glaube, irgendwie eine Ansage rausgehauen, von wegen ich schon wieder auf jeden Fall auch im MMA nach einer Minute hier gewonnen per K.O., also die scheint ganz stabil zu sein, behalte ich auf jeden Fall im Auge, vielleicht hole ich den K.O., die Minute kann man sich jetzt sicherlich mal geben, noch nach, ansonsten, keine Ahnung, Jose Nunes unterliegt, okay, war die Einzige, die ich von beiden kannte, aber überrascht mich jetzt am besten Willen auch nicht. Freut mich, dass Borchew mal wieder einen Sieg eingefahren hat, auch wenn es eine Split Decision war, da habe ich ja im Preview auch so ein bisschen was zu erzählt, was so die menschliche Ebene angeht, dass der schon auch viele Opfer irgendwie auf sich nimmt, um diesen Lifestyle zu gehen. Freut mich, dass das dann eben auch zu Erfolgen führt. Zachary Reese gewinnt, sehe ich gerade wirklich live mit euch, Francis Marshall, Short Note ist ja eingesprungen, holt die Split Decision, natürlich voll undankbar für Busukia, hat jetzt hier einen Grappler vor der Nase, keine Ahnung, ich glaube, der alte Gegner war, zumindest nicht reiner Grappler, halt schon auch. Man gibt immer so viel Respekt vor demjenigen, der Short Notes einspringt, aber schon auch einfach eine undankbare Aufgabe, Short Notes einen anderen Gegner zu bekommen, als derjenige, der eben im Kampf bleiben kann, vor allem, wenn halt eine Stiländerung damit einhergeht und wenn du dann eben unterlegst. Ja, keine Ahnung, bittere Sache. So viel aber dazu, keine Prelims, die meiner Meinung nach so viel mehr Bühne benötigen. Ich wollte gerade sagen, verdienen, das wäre auf jeden Fall hart, ich meine, es ist die UFC so, aber ich glaube, mehr muss man darüber eigentlich nicht quatschen. Performance of the Night sehe ich dann hier für Gerald Murshirt, finde ich, wieder mal eigenartig. War ein geiler Kampf auf jeden Fall, ey, großen Respekt auf jeden Fall für seine Leistung, aber ich glaube, das habe ich häufig schon im Stream gesagt. Ich finde es irgendwie immer so ein bisschen eigenartig, wenn Leute ein krasses Comeback hinlegen, dass die dafür Performance of the Night bekommen, klingt jetzt so nixgönnerisch, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber für mich ist Performance of the Night so 30, 25, ab nach Hause mit dir, du hast kein Land gesehen und Edmund Shabazian hat ja wirklich einen ganz guten Kampf gekämpft, hatte regelmäßig die Ringmitte, Gerald hat versucht, so ein bisschen was kickklassig zu Beginn zu reißen, wenn er Hände sucht, bekommt er eher welche ab, hatte ich so das Gefühl. Die Takedown-Versuche, also die Shoots wurden vorerst verteidigt von Edmund Shabazian, und ich fand, der hat auch wirklich so im Stand, also Shabazian jetzt Momentum aufgebaut und schon so diesen Kampf irgendwo an sich gerissen. Von daher, also ich würde ihm auf jeden Fall Runde 1 geben, weil er im Stand, wie gesagt, einfach erfolgreicher ist. Auch dann wurden ja weiterhin erstmal Schutz verteidigt und es ging ja schon so weiter. Mörschert ging nach der Minute ja auch runter, hat, ich glaube, einen Schlag auf den Solarplexus bekommen, shootet dann ja, fällt zu halb auf das Knie und geht zu Boden, ganz eigenartiges, eigenartige Sequenz, wo wirklich nur er, wenn überhaupt, sagen kann, wie angeschlagen warst du, hast du von diesem Knie noch irgendwie Wirkung gezeigt? Ich hatte das Gefühl, es war irgendwie so ein motorisches in den Reihen fallen, sich noch ein bisschen wegdrehen und plötzlich lag er auf dem Rücken, wie auch immer er lag unten und hat dann ja richtig lange Ground and Pound bekommen. Also ich will jetzt den Kampf auch, verfalle wieder in alte Muster, die ich mir abgewöhnen wollte, den nicht nacherzählen, aber es ist ja irgendwo trotzdem alles Grundlage, um zu sagen, um nochmal meinen Punkt zu irgendwie, ja, zu unterstreichen, dass so eine Performance auf der Neid so ein bisschen was komisches ist. Also es ist eine krasse Leistung, sich so zurückzukämpfen, aber sieht für mich auf dem Papier aus, als ob da jemand dominiert wurde. Also und so war es ja beim besten Willen nicht. Der hat mit der Zeit schon auch dann, als er irgendwann hochkam, so ein bisschen sloppy Hände gelandet und Shabazian wirkte motorisch ja auch nicht mehr so spritzig, der hat sich einfach müde gepoundet. Der Take-Don gelang und was für mich halt einfach die Erkenntnis ist, dass schon nach wie vor die große Schwachstelle von Shabazian Grappling ist. Also wie leicht Merchert diese Guard passieren kann, als er diesen Head-and-Arm-Choke gegriffen hatte, war schon, ja, wieder so ein bisschen besorgniserig, muss man sagen. Also ich hatte genug, nicht nur in der letzten Folge, in meiner kompletten YouTube-Karriere auf Shabazian geschimpft. Der scheint dran zu arbeiten, aber es ist nach wie vor so eine große Baustelle. Also der hatte ja, das war schon ahnbar, dass Merchert da auf die stärkere Seite passieren will. Das ist wirklich nichts, wo du, um das zu antipizipieren, musst du kein krasser BJJ-Nerd sein. Das konnte ich mir sogar erschließen, das will was heißen. Ja, wie es Merchert dann macht, ist trotzdem stark, aber ich kriege es nicht mehr richtig zusammen. Er hatte irgendwie schon mit seinen Beinen das ganz gut erarbeitet. Er hatte irgendwie so einen kleinen Winkel geschaffen, über den er sich so rübergedrückt hatte. Wie auch immer, natürlich weiß der im Schlaf, was er zu tun hat, aber es war schon. Also wenig Gegenwehr, wie gesagt, fürs Passieren dieser Guard, um halt auf die Seite zu kommen, den Schock ein bisschen zuzuziehen und dann kommt dementsprechend schnell halt der Tab. Ja, keine Ahnung, hey, Gerald Merchert, vor dem muss man einfach Respekt haben. Ist der nicht auch schon? Der ist 87er Baujahr, also der geht irgendwie auch auf die 40 langsam zu. Wir hatten generell viele alte Leute, muss man sagen, für diesen Sport auf der Karte mit Angela Hill und mit Jared Cannon hier und so. Merchert sieht schon auch fit aus. Also gutes Callout auch, finde ich, mit Paul Craig. Stilistisch wird es der Actionfall schlechthin, ich glaube leider nicht, aber ja, keine Ahnung, man. Zwei Leute, die irgendwo ähnliche Stärken haben, beides gute Grappler sind. Dass die aufeinandertreffen, würde schon Sinn machen. Also ich könnte mir da halt vorstellen, dass die sich neutralisieren werden und wir ein schlechtes Striking-Duell sehen. Also so schlimm wie, keine Ahnung, Damien Maier gegen Ben Espin oder so wird es jetzt nicht. Aber so das Grundprinzip wird, glaube ich, ein ähnliches. Die werden, ja, wie gesagt, glaube ich, ein Striking-Duell daraus machen. Oder wir sehen halt wirklich gutes Grappling. Darauf sollte man hoffen. Ja, für mich ist so ein bisschen die Frage, die über diesen Kampf schwebt. Also Jordan Merchert macht sein Ding. Das ist für mich so, ja, Hut ist gezogen. Krass, was der jetzt auch für Rekorde geholt hat. Hatte hiermit ja auch die meisten Finishs in der Mittelgewichtsstorie. Hatte bereits die meisten Submissions. Vorher bereits ist auch drittmeist Submissions gewichtet, das ist nicht übergreifend. Also der ist wirklich am Rekorde jagen, das muss man ihm einfach lassen. Durch die Konstanz einfach. Aber trotzdem war das irgendwie nichts, was mich, weiß nicht, weder schockiert hat, noch irgendwie in Gedanken versetzt hat. Gerald Merchert gewinnt mal einen Kampf. Ja, schockieren tut mich das nicht. Also ich sehe den nie als hausholen Hohen Favoriten. Eigentlich gegen niemanden, gegen kein gestandenes Mittelgewicht. Ich muss sagen, da, ja, vielleicht unterschätze ich ihn nach wie vor so ein bisschen. Aber die Frage ist, wie soll man Edwin Shabasi ihn einschätzen? Also der hat im Stand ganz gut ausgesehen. Jetzt aber auch nicht wie der Worldbeater. Hatte die gleichen Lücken. Keine Ahnung. Irgendwie ist es schwierig. Also der ist halt wirklich noch blutjung. 26. Ich habe schon auch nochmal gezuckt, als es gesagt wurde. Oder war es noch jünger? Ich glaube 26 war Boraglio im 97er Jahrgang. 13. Nee, kommt hin. Genau, der wird im November 27. Ist 26. Da geht schon noch richtig, richtig viel. Aber der muss schon jetzt mal auf die Spur kommen. Muss man auch tatsächlich, finde ich, an diesen Punkten der Karriere schon sagen. Denn der spielt halt im UFC-Mittelgewicht bereits relativ weit oben mit. Hat jetzt auch seinen elften Kampf, glaube ich, gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Aber da werden halt keine Verschnaufpausen mehr drin sein. Und wenn du in dieser Gewichtsklasse noch was reißen willst, vor allem wenn wir uns jetzt mal auch vielleicht das Main Event der Karte nochmal vor Augen führen, das ganze Titelgeschehen, was da einfach für Leute rumlaufen. Auch ungerankte Leute, also auch mit einem Abus und mit einem Bruno Ferreira, der der Gegner ist und so. Da kommen halt wirklich harte Leute. Wenn da halt jeder weiß, ja, du bist ein ganz guter Striker, aber hast jetzt auch nicht die Knockout-Power, um da irgendwie jeden auszuknipsen innerhalb von Minuten. Ich meine, du hast auch mit Gerald Mörschert anderthalb Minuten gestanden und es nicht geschafft hat, ihn aus dem Cage zu holen. Und sich jeder erahnen kann, ja, Ringgrappling ist halt einfach nach wie vor ein Defizit. Dann wird es halt einfach schwer. Ja, ich würde ihm wünschen, dass er die Spur bekommt. Was heißt die Spur bekommt? Ich tue so, als ob der so voll am Abkacken wäre. So ist es ja nicht. Aber dass der einfach, ja, sein Game abrundet und es schafft einen Kampf, auch wenn der Gegner vehement versucht, es anders zu gestalten, im Stand zu halten. Denn da sieht er ja wirklich vielversprechend aus. Ja, bin wirklich gespannt, wie gesagt, was der Golden Boy noch so reißt. Neil Magny, da haben wir den nächsten fast 40-Jährigen. Gegen Michael Moraes sah dann halt wirklich crazy aus. Das war ein richtiges Statement. Also ganz anders wie der Gerald-Merchert-Kampf. Michael Moraes scheint halt wirklich, ja, sehr, sehr ernst zu nehmen sein. Ich meine, ich habe ja auch schon, würde ich echt sagen, von ihm geschwärmt. Interessant auch vom Kommentar zu hören, dass der sich mit Belay Mohamed vorbereitet hat. Und ein Teil des Camps war, um Leon Edwards zu simulieren. Er ist halt schon nochmal ein anderer Körpertyp. Aber ja, guter Striker. Warum nicht? Hilfreich ist er sicherlich. Und, ähm... Ey, keine Ahnung. Ich hatte häufig gesagt, dass Belay Mohamed gleichermaßen, Dregus Diplassi halt, so Vorbilder vor dem Hintergrund Arbeitstiere zu sein sind. Und ich glaube auch, für so ein junges Welterweight wie Michael Moraes, der sagte, das Camp war vor allem konditionell extrem fordernd, ähm, kann das auch hilfreich sein. Also ich glaube nicht, dass das nur eine Inspiration für irgendwie junge Sportler sein kann, die jetzt anfangen, sondern tatsächlich auch jemand, der auf so ein Level gekommen ist, da noch echt von profitieren kann, sich eine Scheibe abschneiden kann und sich dann dran inspirieren kann. Ist jetzt sehr Klischee-Denken, aber es gibt schon auch Tendenzen, was Südamerikaner angeht und, keine Ahnung, so ein Lebensgefühl von, ach, die Dinge gemütlich angehen und Busfahrer guckt beim besten Willen nicht auf die Uhr, ob der wirklich pünktlich auf die Minute kommt, sondern tuckert halt dann lang und macht sein Ding so. Ähm, wie gesagt, sehr Klischee-behaftet jetzt die Aussage. Es gibt natürlich super fleißige Südamerikaner, ähm, aber wer weiß, vielleicht ist er ja einer, der das Klischee erfüllt und dem helfen dann halt solche Vorbilder und irgendwo auch mitzubekommen, dass Leute, die es bis zum Championship-Status geschafft haben, halt häufig auch davon profitieren, einfach sich jeden fucking Tag sehr, sehr krass reinzuhängen. Denn das lasse, also das würde ich belehem damit auf jeden Fall zusprechen, ohne je ein Camp von dem gesehen zu haben. Man sieht einfach an der Art, wie der funktioniert, dass der sich reinzuhängen scheint ohne Ende. Ja, vielleicht sehen wir ja dadurch ja irgendwie auch nochmal einen konditionell sehr viel krasseren Mike Noura als langfristig und einen, der ja ein höheres Tempo gleichermaßen geht, also nicht nur länger durchhält, nicht, dass wir den jetzt schon bröckeln haben sehen, aber einfach jemanden, der auch Cardio zur Waffe macht. Das wäre schon krass, wenn das noch dazu kommt, denn, wie gesagt, der hat super Handspeed, der ist explosiv, der hat heftige Reichweite, der scheint auch so einen guten Gemütszustand zu haben, der ist ruhig im Cage, der scheint abgeklärt für sein Alter zu sein. Wenn der noch richtige Erfahrungen sammelt und, wie gesagt, gleichermaßen halt auch nicht Füße hoch legt, dann wird es, glaube ich, wirklich ein Ausnahmetalent. Wie gesagt, Neil Magny in eine Runde da aus dem Cage zu holen, den zu finishen, mal eben zu stoppen, das ist schon crazy. Also es gab auch viele Momente, wo man einfach gemerkt hat, was für ein Veteran das ist. Ich finde unter anderem das Ground'n'Pound, also Magny machte es Morales schon sehr schwer, fand ich, konstant gutes Ground'n'Pound zu landen und ja, der findet trotzdem seine Lücken, arbeitet sich da rein und holt halt den Choke oder nee, es war kein Choke, hat den ausgebreitet und dann ja noch mit Ground'n'Pound bearbeitet, stimmt. Und ja, ey, keine Ahnung, man, da fällt mir wirklich nicht mehr zu ein, außer mein Hut zu ziehen, zu sagen, der Typ ist vielversprechend, wie erwartet, hat hiermit nochmal irgendwie mehr bewiesen, dass er für ein sehr hohes Niveau zu haben ist. Ich bin mir relativ sicher, dass er danach ein Top-15-Gegner bekommen wird. Könnte man auch mal drüber grübeln, wer könnte das denn sein? Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber könnte man ja mal live überlegen. Also ich denke, dass das nun, dass das als nächstes ein, wenn du Neil Magny gefinished hast, der war hier auch auf der 12, ja, dann wirst du, dann wirst du Top-15 kämpfen. Gerne mal Picks in die Kommentare, wenn ihr dann Namen seht, wo ihr sagt, doch, der würde wirklich Sinn machen. Ey, schwer, ich glaube, ein Joaquin Buckley wird relativ weit hoch kämpfen, oder das ist relativ weit, aber der wird so ein bisschen nach oben kämpfen dürfen. Vielleicht so ein Joff Neal. Fände ich jetzt nicht einen großen Step-up nach Neil Magny, aber es wäre halt ein weiteres Statement, um zu sagen, ich gehöre hier wirklich hin. Bei Lucas auch die Frage, ob der wirklich nochmal diesen Nick Diaz-Kampf bekommt. Vielleicht wäre das ja auch drinne. Michael Van Impeyge wäre halt wirklich ein großer Gefallen, den man Morales tut. Ich denke tatsächlich, wenn ich mir auch vor Augen führe, dass der, ja, jetzt noch nicht so der Typ ist, der von Spotlight irgendwie lebt und Englisch spricht, das tut er eben auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn dementsprechend nicht so erzwingend pushen will und man weiß natürlich, Michael Van Impeyge, das ist ein Name, da tust du dem Gegner schon einfach einen Gefallen, ihn gegen den anzusetzen. Dementsprechend würde ich ihn eher so ein bisschen ausklammern. Ja, aber Neil Magny, Joff Neal, irgendwie sowas halte ich auf jeden Fall für realistisch. Das wären doch krasse Tests für Morales als nächstes. Die Ultimate Fighter, das Federgewichtstuell, habe ich gar nicht besprochen in der Preview. Das stand irgendwie letzte Woche, entweder war ich extrem blind, aber ich habe es noch im Stream, habe ich es verneint. Das stand weder auf Topology noch auf der UFC-Seite. Das wird irgendwie, ich weiß nicht, stand auf der Kippe oder so. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Jedenfalls im Vorhinein noch nicht besprochen, ich hätte euch auch nichts zu ihnen sagen können, hätte mich einlesen müssen. Obwohl ich tatsächlich, ich meinte ja, dass ich die ersten zweieinhalb Folgen zumindest von der Season geguckt habe. Und ich glaube, Ofli wurde in der dritten Folge, oder in der ersten, ich glaube in der dritten Folge vorgestellt. Ich habe sogar seinen einleitenden Clip gesehen, wie er da in Indonesien mit seiner Frau gemeinsam so ein bisschen sein Leben beschreibt. Das Gym zeigt, in dem er jetzt auch coacht, das überraschend gut besetzt war. Da waren richtig viele Leute am Start. Englischsprachig auch, so wie ich es verstanden habe, in Indonesien fand ich überraschend. Und da sah er auch wirklich sehr, ich sage mal, bunt aus. Also viele Zuwanderer, glaube ich auch. Es war jetzt nicht so ein rein von Locals besuchtes Gym. Jedenfalls hatte er da halt so ein bisschen seinen Trainingsalltag beschrieben und so. Aber ich hätte jetzt trotzdem stilistisch nicht vielen zu ihm sagen können. Maidon Santos kannte ich gar nicht. Starker Striker auf jeden Fall, kann man nach dem Kampf sagen. Ich fand, Ofli wirkte in so Tempo-Vorstößen boxerisch so ein bisschen limitiert. Obwohl es auch nur einzelne Sequenzen waren, in denen ich es so wahrgenommen habe. Es gab welche, wo er gut Overhands geschwungen hat. Und dann andere, wo er irgendwie so motiviert die Distanz verkürzt, wirklich große Schritte geht. Und trotzdem so komische kurze Hakenschläge, wo ich mir dachte, ich schlag da mal eine lange Hand, um wirklich auch da ranzukommen. Es sah teilweise so ein bisschen komisch auskommen. Vielleicht auch so ein bisschen extremer durch seinen Körper, aber es ist ja relativ klein und kompakt so. Aber es sah wirklich aus, ob der so ein bisschen so T-Rex-Schläge auspackt. Fand ich vor allem in so einem Tempo-Vorstoß teilweise so ein bisschen eigenartig. Aber Mann, der hatte halt auch wirklich einen harten Gegner vor der Brust, muss man schon sagen. Also wie gesagt, wer seht, der Striker trainiert im Extreme-Quartur, hieß es dann im Kommentar. Also auch wirklich aus einem guten Gym. Verteidigt Takedowns und schafft es halt einfach eine ganz andere Klasse im Stand zu zeigen. Zerhackt das Bein auch ordentlich, startet bereits aktiv und zieht sein Tempo einfach durch. Ja, hat, finde ich, oft lief fortlaufend mehr rätseln lassen, was hier die Antwort sein soll. Und dann wurde er eigentlich auch dafür gestraft, Geduld irgendwo beiseite zu schieben und zu versuchen, etwas zu erzwingen. Dafür wurde halt einfach ausgekontert. Krasse Performance auf jeden Fall. Ich fand es auch bemerkenswert, dass in der Ecke der Freundin von Santos, Jessica András, stand. Nicht in der Ecke bei ihr stand. Scheint irgendwie Freund der Familie zu sein. Auch interessant. Also ich weiß zugegeben gar nicht, wo Jessica András in Brasilien trainiert. Aber relativ sicher, dass die noch in Brasilien am Start ist. Zumindest erinnere ich mich an irgendeine Embedded-Folge. Ich glaube gegen Rose in einem Kampf vor Rose, in der sie so Grüß dich Thomas, back in Germany, jawohl, aus deinem Knäckebrotland hier. Um mal hier ein bisschen rassistische Parolen raushauen zu können. Hoffe, du bist gut angekommen. Willst du spontan dazukommen? Da wäre ich dabei. Aber du kannst natürlich auch einfach erstmal ankommen. Ja, ich weiß jedenfalls nicht, ob... Also András trainiert in Brasilien und Santos, wie gesagt, der am Extreme Court Tour. Aber scheint einfach... Ja, scheint irgendwo trotzdem da auch noch vernetzt zu sein in dem Land. Habe ich auf dem Schirm, David Piracek. Wir haben hier einen Zuschauer am Stream. Der gute Max lässt den Stream parallel laufen. Erinnert mich daran, wann das... Oder was heißt erinnert mich? Sagt mir, wann das stattfindet. Wir gucken auf jeden Fall gemeinsam live. Aber du kannst die Aufgabe gerne auch noch annehmen, damit wir das auf gar keinen Fall verpassen, falls Max einschläft oder Besseres zu tun hat. Kann ja auch plötzlich sein. Ja, keine Ahnung. Eindrucksvolle Performance von Santos, muss man einfach sagen. Wirkte all in all, finde ich, einfach auch wieder vielversprechendere Kämpfe. Also es gibt ja immer auch Kämpfe, wo man das Gefühl hat, das ist so und trotzdem gewinnt mal der andere. Weil Kampfsport lässt halt vieles möglich. Da kann sowas schon auch einfach mal sein. Eine Overhand, Santos liegt da und dann ist es auch irgendwo erstmal egal, dass er technisch so ein bisschen stabiler aussieht. Ja, und dann... Keine Ahnung, kann man da dann vermutlich auch einfach sagen, in die Zukunft blickend, es hat der Richtige gewonnen. Der irgendwie, der glaube ich, mehr reißen kann. Im Mittelgewichtsduell, glaube ich, wird die UFC nicht so super zufrieden damit sein, weil vor allem ihr politische Ansichten egal sind. Ich glaube, Robert Valentin ist einfach der, ja, actionreichere Fighter. Ich habe ja auch schon in der Preview gesagt, ich glaube einfach, der wird trotzdem nochmal in der UFC kämpfen dürfen, weil der vielen Fans ja auch einfach gefallen hat, was so Attitude und so angeht und, ja, Kampfstil halt vor allem. Ich habe nicht für ihn geroutet, auch das habe ich in der Preview klar gemacht. Habe dann auch tatsächlich über meinen Discord, als das Thema nochmal hochgekocht wurde, Hinweis darauf bekommen, dass der irgendwie auch ein aktuelles Video auf seinem Kanal hat, in dem er irgendwie klar sagt, jetzt ist es raus, ich sage es jetzt einfach, ich bin rechts und konservativ und ich stehe für Werte wie Familie und Nationalstolz und alles klar. Und sagt dann aber trotzdem irgendwie, hier wäre ein Ort, wo alle zusammenkommen können, wir können gerne diskutieren, aber lasst uns auch hier mal eine Community auffallen mit Gleichgesinnten, die sich hier auch einfach wohlfühlen und sein können, wie sie sind. Also, keine Ahnung, AfD Treffpunkt, was weiß ich. Ähm, ja, keine Ahnung, Mann. Also, das hat dann wohl auch niemanden überrascht, der sich mit dem beschäftigt hat, das er jetzt gesagt hat, weil er ja so einleitend sagt, ich sage es jetzt einfach, ich gebe es jetzt zu. Also, der hat wohl auch schon, ja, wie gesagt, die AfD irgendwie, äh, als gut angesehen, also, klar, sich irgendwie mit der solidarisiert, meint, es wäre eine gute Partei und Höcke wäre bei mir willkommen und so. Keine Ahnung, Mann. Also, ich kotze im Strahl so, ich bin angeekelt, frag mich ehrlich gesagt, auch da, wie bei vielen AfD-Wählern, die wirklich, wirklich wissen, wofür diese Partei so steht. Ähm, häufig sind es dann ja auch einfach Leute, die sich von Schlagworten und so ein paar Phrasen irgendwie auch einlullen lassen und da eigentlich nie das Parteiprogramm gelesen haben, keine Ahnung, Mann. Ich habe mir auch in der Preview vorgenommen, keine allzu harten Worte zu, zu verwenden und da irgendwie auch nicht zu hart urteilen zu sein, aber bleib hier weiterhin irgendwo bei einem klaren Statement gegen Recht so. Ähm, würde ich, keine Ahnung, ist gerade Thomas im Chat so, aber auch unabhängig davon, dass der jetzt zuhört, würde ich nie auf einer anderen Bühne machen, auf der ich irgendwie eingeladen werde oder so. Aber, ähm, hier in meinem Format sage ich auf jeden Fall weiterhin, fick Nazis, fick die AfD und, äh, ja, wer dann halt irgendwie in seine Kommentarspalte schreibt, Höcke ist bei mir willkommen, für den kann ich nicht shooten, muss ich einfach sagen. Also wünsche ich dir mal jetzt was Schlechtes deswegen, nein, aber war ich traurig, dass der verloren hat? Gleichermaßen auch nicht. Also, keine Ahnung, Mann, Ryan Loder wirkte sehr sympathisch, nettes Grinsen, wirkte einfach wie so ein Sportsmann, ähm, fand die Art, wie er sich gefreut hat, wie er über seine Zukunft sprach, sehr humble, ähm, vom grundsätzlichen Auftreten, unabhängig von irgendwelchen, äh, politischen Statements, glaube ich, mit dem würde ich mich besser unterhalten, als mit diesem kreischenden Wikinger-Fan. Ähm, ja, keine Ahnung, ähm, im Chat heißt es, man glaubt ihm das irgendwie nicht so richtig mit dem politischen Statement, aber so oder so, nichts, was man supporten kann, auch die Spackos haben bei uns auch nichts zu suchen, ähm, aber nach außen muss man trotzdem neutral bleiben. Ja, natürlich, also Extremismus hat sicherlich auf keiner Bühne irgendwo was zu suchen, das weiß ich ja auch, ähm, aber wie gesagt, du sagst, nach außen muss man neutral bleiben, ich sag, in meinem Podcast kann ich sagen, ich bin politisch linksgesinnt, was nicht bedeutet, dass ich die Linke wähle, weil die Partei ein Scherbenhaufen ist, aber, ja, ist halt, keine Ahnung, keine Ahnung, also natürlich würde vermutlich auch irgendein Marketingbotschafter mir sagen, wenn du da ein YouTube-Format möglichst groß aufbauen willst, dann halt es auch da bereits neutral, aber, Mann, dass ich hiermit großes Geld verdiene, muss ich sagen, habe ich leider Gottes auch schon aufgegeben, ähm, das ist einfach nur mein Sprachrohr, in dem wir in einer kleinen Runde müssen, wenn wir mit mir quatschen, und dann, ja, whatever, ähm, ja, dann bist du ja halt auch nicht so neutral, aber ja, ja, whatever, ich sollte es irgendwo auch beim Sportlichen belassen, oder, nein, ich sollte die, ich sollte es irgendwo auch trennen, also ich kann, finde ich, auch meine Meinung zu menschlichen Seiten dieser Sportler, ähm, formulieren, und da auch eine klare Meinung zu haben und so, aber man sollte auch irgendwo dann trotzdem einen Sportler als Sportler im Cage bewerten, und, ey, Robert Valentin, ähm, ist explosiv, ähm, ich finde auch am Boden hat der bessere Scrappling gezeigt, also Reloader war natürlich der deutlich bessere Ringe, aber, ähm, gute Scrambles trotzdem von, ähm, von Valentin, ja, also ich will jetzt auch nicht wirken, als ob der irgendwie der versierteste Grappler schlechthin gewesen wäre, ich meine, in diese Crucifix hat er sich ja auch packen lassen, und da ist er dann irgendwo drin verzweifelt und so, aber, ähm, ich fand, es gab viele Szenen, in denen er sich besser, also, seine Position besser, ähm, verteidigt hat, Grüß dich Julian, er verbessert hat, so, ähm, ja, keine Ahnung, aber, ähm, alles in allem zählt halt irgendwo auch, ähm, wie du, also, inwieweit du es schaffst, deine persönlichen Stärken durchzubringen, und dein Loader scheint ein richtig guter Ringer zu sein, ich hatte ja im Preview nur gesagt, ich habe aufgeschnappt, der soll Ringer sein, jetzt ist mir klar, der war All-American-Division-1-Ringer, also hat es wirklich auf relativ große, ähm, nationale Bühnen geschafft, scheint wohl auch der Ringer-Coach im Team Alpha Male zu sein, so wie ich es, ähm, wie ich gehört habe, Rechtsaussleger macht es natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger im Stand, und kann ringerisch auch auf jeden Fall Vorteile bringen, ähm, ich fand es halt wild, als es in diesem Trailer hieß, der hat vor vier Jahren generell erst mit Striking-Training, mit eigenem Trainier, äh, angefangen, also der hat wirklich vor 2020 gefühlt das erste Mal gegen eine Pratze geschlagen, so, ähm, dafür sah der jetzt auch nicht so kacke aus, beziehungsweise er wirkte, als ob er mit der Situation, jemand schlägt nach mir, irgendwo gut klarkommt, also klar, vier Jahre sind ja auch eine gewisse Zeit so, aber, ähm, ich fand es schon relativ stark eigentlich, wie gut getimt der abgetaucht ist und so, ähm, ja, von daher, keine Ahnung, man, ähm, Touché, dass du so gut deine Stärken durchbringst, darum, wie gesagt, geht es ja letztendlich, ähm, in dieser Kruzifix war dann halt einfach Feierabend, ähm, waren viele Ellenbogen, ich war überrascht davon, wie wenig zugesetzt Valentin dann doch auch wirkte, also der hatte ja, ich dachte wirklich, also der wirkte ja, der lag ja in so einer, in so einer schattigen Ecke, sage ich mal, und so viele Ellenbogen wieder runtergekommen sind, dachte ich, da wird gleich jemand, der wirklich ein blutiges Gesicht hat, aufstehen, was ich ganz witzig gefunden hätte vor dem Hintergrund, dass er meinte, wie toll es ist, einen menschlichen Schädel aufzuspalten und dass doch der Gott Odin blutvergossen sehen will, kann ja dann auch mal so rumlaufen, aber, ähm, ich glaube, Odin blieb durstig, ja, keine Ahnung, ähm, wie gesagt, für mich, durch die politische Gesinnung nichts, weswegen ich mich extrem geärgert habe oder irgendwie enttäuscht war, habe ich dem gewünscht, dass der da möglichst blutig rausgeht und noch extrem viele Schmerzen bekommt, so ist es auch nicht. Ich glaube, wenn ich, ich habe mir dieses komische Statement von wegen, ich bin rechtskonservativ und viel familiäre Werte und so, ich habe es mir angehört, der wirkt nicht wie so ein verbitterter Vollassi, wie du irgendwie, was weiß ich, irgendeine AfD oder was weiß ich, was Pegida-Doku siehst, irgendeinem Wutbürger, der da einfach nur rumschreit, ähm, wie gesagt, im Privaten würde ich mich auch mal mit dem Mann unterhalten und fragen, was ist denn da, warum schreibst du was vom Stolzmonat, du Esel, so, das ist halt, also, du scheinst aus einfachen Verhältnissen zu kommen, so, und du supportest deiner Partei, die einfach nur irgendwie Reichtum versucht zu verwalten und Chancengleichheit zu zerstören, damit es sich auch ja nicht ändert, wer reich bleibt, ähm, keine Ahnung, man, ich glaube nicht, dass der versteht, was das bedeutet politisch, aber da sollte man vielleicht auch nicht zu tief eintauchen, ähm, trotzdem will ich klarstellen, so, nur weil ich mich jetzt mehrfach von dem klar abgrenze und ausgeschlossen habe, dass ich offiziell mit dem ein Interview führen würde, will ich jetzt auch nicht wirken, als ob ich dem Mann irgendwas Schlechtes, ähm, Schlechtes, ähm, gewünscht habe, so ist es nicht. Angela Hill gegen Tabata Ricci war dann, ja, ein ganz gutes Duell, würde ich dann noch sagen, also, ähm, habe ich den Kampf jetzt geliebt und genossen, irgendwie jede Sekunde zu verfolgen, so will ich jetzt auch nicht wirken, aber es war ein gutes Niveau für so ein Strohgewicht-Duell, erneut eine Frau, die einfach 40 ist, also, erneut ein Athlet einfach, so mit, wie gesagt, Kennenier und, äh, Mershirt und so, echt schon der ein oder andere Veteran auf der Karte vertreten. Angela Hill sieht auf jeden Fall, ähm, für ihr Alter vor allem ziemlich gut aus, wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, dass sie eine Division aktiv ist, die halt einfach durch relativ hohes Tempo auch funktioniert, dass halt schon trotzdem Ricci besser gehen konnte, ähm, ich hatte mich gegen Ende mal gefragt, nicht, dass ich den Kampf unbedingt ein zweites Mal sehen möchte, aber, ähm, wie der Kampf abgelaufen wäre, wenn es ein Fünf-Runder wäre, weil ich schon das Gefühl hatte, dass auch Tabata Ricci gegen Ende der dritten Runde so ein bisschen drunter gelitten hat, was sie für ein Tempo aufgezwungen hat, ähm, und, ähm, ja, das war irgendwo auch die Waffe, finde ich, die ihr, wenn man es irgendwie auf eine Sache runterbrechen will, diesen Kampf, ähm, das, äh, was sie diesen Kampf gewinnen ließ, also für mich, 29, 28 wurde ja auf allen Punkten der richtigen Zeiten gewertet, für mich vollkommen okay, 2 ist ganz sicher, ihre Runde 1 fand ich auch eher sie, Runde 3 würde ich tendenziell eher Hill geben, von daher komme ich auch bei der 29, 28 raus, ähm, im Chat heißt, ich hatte das sogar knapp bei Hill, finde ich okay, also ich, ich streite mich mit dir, wenn du sagst, 2 ist eine Runde für Hill, die sehe ich ganz klar bei Ricci, 1 sehe ich eher bei ihr, kann man aber Hill geben, ähm, ähm, das wäre so meine Meinung, wir können uns ja mal gerade die, ähm, Scorecards dazu geben, ähm, ja, Tabata Ricky ist halt einfach ohne Ende klein, so, also die ist, äh, 1,55 klein, hat auch dazu nochmal relativ kurze Arme mit 1,57, man merkte halt einfach an, ähm, ja, haben, zur Runde 2 haben alle Leute bei Ricci und Runde 1 hat auch mal jemand Hill gegeben, aber das finde ich ein bisschen, die, die Scorecard von Eric Collins fühle ich nicht so richtig, weil ich schon finde, Runde 3 ist eine relativ klare Hillrunde, also ihn fühle ich nicht so ganz, aber ich finde es jetzt auch nicht skandalös, nee, kann ich, kann ich irgendwo so akzeptieren, wie das Ding gewertet wurde und auch, wie gesagt, mit dir würde ich mich nicht, äh, drüber streiten, dass man das auch Hill geben kann, ähm, ja, ja, Ricci wirkt halt einfach ein bisschen limitiert im Stand so, also die hat es halt, wie gesagt, über Volume, äh, geschafft, ich hatte das Gefühl, Hill wollte das so nicht gehen, äh, äh, also die hat, ist darunter gelitten, dass da so ein Tempo aufgezwängt wurde, ich hatte das Gefühl, die ist eher auf Konter aus, ähm, ähm, und das ging dann halt weniger, wenn du immer diese kleine stockige Frau in your face hast, so, es wurde phasenweise so ein bisschen sloppy im Stand dadurch und das hat halt dann der im Stand eigentlich ein bisschen technisch schlechteren Ricci gut getan, ich fand es stark, dass Hill so viele Take-Dons verteidigt hat, ähm, das hätte ich in der Form nicht verteidigt und ich glaube, ich habe im Preview gesagt, damit steht und fällt für mich, wer diesen Kampf gewinnt, was ich nach wie vor nachvollziehen kann, was der Vergangenheitsflut da so gelabert hat, also, ich hätte gedacht, wenn Ricci es nicht hier und da mal schafft, einen Take-Down zu holen, holt Hill diesen Kampf, von daher auf jeden Fall, ey, Respekt, dass sie wirklich auch, letztendlich dann doch eher ein Kickbox-Duell für sich entschieden hat, es war phasenweise auf jeden Fall so ein kleines Slugfest, muss man wirklich sagen, also es war ein passioniert von beiden Seiten bestrittener Kampf, ähm, ja, den ich eigentlich ganz gerne auch fünf Runden lang gesehen hätte, weil ich das Gefühl hatte, gegen Ende hat Hill wirklich Momentum aufgebaut, hatte in den letzten Minuten die klar besseren Treffer, auch Ricci wirkte langsamer, als ob ihr das Tempo nicht so super viel Spaß macht, dass die da, ähm, ja, zu Beginn festgelegt hat und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass so fünf Runde die erfahrenere Angela Hill geholt hätte, aber bringt ja alles nichts, wir haben nur 15 gesehen, für mich ein verdienter Sieg, aber wie gesagt, knappes Ding, ey, Statementsieg trotzdem, also du hast damit halt auch ein wandelndes Rekordbuch mit Angela Hill geschlagen, also die hat die meisten Strohgewichtskämpfe jemals gemacht, die hat die meisten signifikanten Schläge überhaupt, was Frauen in der UFC-Historie angeht, gelandet, die hatte die meiste Kampfzeit der Division, ich glaube, die hat auch die meisten Siege gleichermaßen in der Strohgewichtskämpfe, also, ja, wie gesagt, das ist schon eine sehr, sehr namhafte Athletin, ähm, die mir auch sympathisch ist, muss ich sagen, ich hätte mich jetzt auch eigentlich für sie gefreut, im späten Alter, zumindest als Sportlerin späten Alter, im hohen Alter, nochmal einen Sieg zu holen, ich glaube, ehrlich gesagt, die wird abbauen, also, wie gesagt, über Striking in so einer kleinen, schnellen Gewichtsklasse, in dem Alter noch gut zu funktionieren, sehr schwer, bin mal gespannt, was man der Stylistisch als nächstes geben wird, ob man ihr da so ein bisschen Gefallen tut oder nicht, also, dass die so eine Carla Esparza irgendwie schlagen könnte, wenn sie es schafft, ein paar Tags noch zu verteidigen, kann ich mir vorstellen, aber halt irgendwie eine, was weiß ich, Marina Rodriguez oder Yasmin Lucindo oder irgendwie sowas, uff, ich glaube, das wird relativ schwierig für Angela Hill. Ja, und dann kommen wir beim Main Event an, war einem richtig, richtig guten Kampf auf jeden Fall, ich wurde leider gespoilert, ähm, liebe Grüße an die Person auf jeden Fall, war natürlich nicht böse gemeint von ihr, aber ich wusste leider, wer diesen Kampf gewinnt, als ich in Real Life geschaut habe, was sehr ärgerlich war, muss ich aber gleichermaßen sagen, trotz dessen hatte ich extrem viel Spaß daran, also, ähm, das war wirklich ein sehr, sehr guter Kampf, absolut berechtigterweise, finde ich, Fight of the Night, wir haben den nächsten 40-Jährigen, über den wir sprechen, hier auch nicht an die 40, auf die 40 zugehend, an den kratzend, sondern einen 40-Jährigen Jared Kennanier, ähm, wovor wir eigentlich alle jetzt mal den imaginären Hut ziehen müssten, mit 40 Jahren, 25 Minuten, so ein Level zu gehen, mit so einem jungen, hungrigen Killer wie Caio Boraglio ist eine krasse Leistung, Jared Kennanier ist ein krasser Sportler auf jeden Fall, der halt trotzdem phasenweise, finde ich, so ein bisschen alte Muster verfallen ist, und, ja, irgendwo einfach mit seinen, doch immer so ein bisschen limitierten Waffen, ähm, hier mit der Zeit nicht weiterkam, also, der hat halt eine Power-Rechte, der wirft Bomben, ja, wie ein Light Heavyweight, das wissen wir alle, der hat lange Arme und schlägt gleichermaßen knackige Jabs, aber Caio Boraglio gleichermaßen, und, ja, kickt halt hier und da mal ganz gut irgendwie zu einer Wade oder so, aber, ähm, ich fand, das war's halt irgendwo, wir hatten ein reines Kickbox-Duell, wir hatten nicht mal einen Clinch, wir hatten, ähm, nach vier Runden, also Anfang der Fünfte das erste Mal, dass Caio Boraglio sich so zu einem Bein beugte und dann schon wieder wegging, also, pfff, das muss man auch erst mal schaffen, ich hätte schon gedacht, dass der versucht, hier und da mal auf den Rücken zu springen, wie gesagt, den Takedown zu holen, ähm, und einfach dieses starke Grappling, das er ja auch hat, durchzubringen, also, ich hatte im Preview gesagt, für mich ist seine größte Stärke Backtakes und diesen zu verwalten, ähm, also Back Control, sage ich mal, das kann der richtig, richtig gut, und, ähm, ja, hat's hier ja nicht mal versucht, diese Stärke durchzubringen, leichtfüßig wie immer, wie gesagt, vor allem mit dem Jab, extrem erfolgreich, ich hatte ja auch im Preview gesagt, dass der als Rechtshänder meistens in der Rechtsauslage kämpft, was schon auch so ein bisschen eine Erklärung dafür ist, warum dieser Jab so knackig kommt, also, ich glaube, ich würde von einem Jab wirklich zu Boden gehen, was heißt glaube ich, ich bin fest von überzeugt, also, dieser Kampf startet, Caio Boraglio pumpt einmal so einen motivierten Jab ins Gesicht von Cannini, das hat direkt geklatscht und ich dachte, jupp, ich wäre K.O. so, also, das ist wirklich krass, was der für eine Power generiert, glaube ich, auch eine Sache, wo wirklich viele, viele Zuschauers, Appell an alle da draußen, so ein falsches Gefühl von, was schaue ich da, ähm, bekommen, also, das ist halt wirklich ein sehr groß gewachsener, austrainierter Vollprofi, der gute Technik hat, um in so einen Jab Power zu legen, ähm, es ist crazy, durch was die, was für Schaden wir regelmäßig Athleten einfach durchlaufen sehen, und auch in diesem Kampf muss man sagen, Jared Kennedy ist wirklich auch ein verdammt taffer Hund, gleichermaßen Caio Boraglio, ich meine, wir hatten ja die Szene, in der er von der Rechten auch wirklich mal ordentlich durchgewackelt wurde, und da sehr stark drinne hing, ähm, gut mitgeschwungen hat, aber irgendwo doch auch noch auf so eine kalkulierte Art, ohne da, ja, wirklich einfach russisch Rollett zu spielen, ähm, also hat mich in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall beeindruckt, Carve Kicks sind natürlich auch absolut eine Waffe, die man in diesem Duell erwähnen muss, ähm, es wurde halt häufig irgendwo auch so ein, so ein Duell der Carve Kicks, oder so ein Duell der Jabs, das dann, ja, ich glaube, Kenny eher akzeptiert hat, und, also, weil es auch Waffen sind, die er selbst hat, also, ist er jetzt der beste Carve Kicker? Nein, aber es ist vor allem jemand, der die auch hier und da mal bringt, und vor allem mit Jabs auch stark arbeitet, und der hat es halt, wie gesagt, zugelassen, dass er dann irgendwo auch sich so in diesen Disziplinen, so wirklich in einer Disziplin so gemessen hat, und in denen ist er, deswegen meinte ich eben, so ein bisschen alte Muster verfallen, schon auch einfach stets so ein bisschen inaktiver gewesen. Also, das ist jetzt eher so ein Verweis auf die alten Tage, die Kämpfe, in denen er mal schlechter aussah, Isi ist natürlich das beste Paradebeispiel, aber Leute sollten sich vielleicht auch noch mal an die Performance gegen Marvin Vittori erinnern. Jerry Cannon hat vor zwei Kämpfen noch gegen den Top-5-Mittelgewicht seit Jahren richtig, richtig, richtig stark ausgesehen, und eigentlich hatte man das Gefühl, er hat genau an dieser Lücke fehlende Aktivität ganz klar gearbeitet. Es gab ja auch immer wieder Phasen in diesem Kampf, in denen er sich das vorgenommen hat. Ich fand, in Runde 2 zum Beispiel ist er sehr aktiv reingestartet, ich glaube, weil er wusste und vielleicht auch von der Ecke gesagt bekommen hat, fairerweise habe ich das geskippt, dass Runde 1 zu inaktiv war. Ja, für mich holt er auch Runde 2, weil er halt da Caio so krass durchwackelt, kann ich an der Stelle schon mal sagen, Caio ist für mich auf jeden Fall Sieger von Runde 1, Runde 3 holt er auch, also Caio Boraglio hat da ja auch Jared hier und da wirklich mal relativ satt getroffen, fand die ersten harten Treffer von Caio kamen, Runde 3 erst, und die haben sich halt direkt aufsummiert und im Gegensatz zu Jared Kennedy trifft der halt hart und versucht über Volume nachzusetzen und nicht noch so zielgerichtet eine harte Rechte finde ich noch, sondern der versucht halt wirklich einfach Volume hinterher zu ballern, nicht unkontriert dumm, aber schafft es halt und hat genau Kennedy ja auch spät in Runde 3 erstmals selbst durchgewackelt. Ja, krasse Performance, also ich weiß gar nicht, was ich mehr zu sagen soll, außer jetzt hier die stilistischen Beobachtungen, die glaube ich relativ offensichtlich waren, irgendwie wieder zu geben. Ich bin nicht überrascht davon, muss ich sagen, ich bin überrascht davon, dass er in der Form diesen Kampf bestritten hat, dass er gewonnen hat, nein, aber dass er wirklich ein reines Kickboxduell mit Kennedy gegangen ist, würde ich gerne auch wissen, warum, ob er wirklich meinte, das ist der leichteste Weg zum Sieg, weil Kennedy ein verdammter Brocken ist und auch ziemlich gute Take-Don Defense bereits bewiesen hat oder ob er sich da selbst wirklich testen wollte. Ich finde, Runde 4 tatsächlich kann man auch Jared Kennedy geben, ist ein relativ enges Ding, obwohl es da auch Phasen gibt, also ich hätte, glaube ich, Runde 4 ihm gegeben, weil er ihm da so diese Wange so blutig schlägt und das, also ich finde es dumm, aber ich versuche mich da an den Orientierungspunkten der Judges einfach zu orientieren, das ist ja schon auch ein Zeichen für Effektivität. Es gab da halt so Phasen, in denen beide mal so ein bisschen das Tempo rausgenommen haben und ich fand auf jeden Fall, das konnte Jared Kennedy sehr viel schlechter, also so dieses Warten auf die perfekte Lücke, auf den perfekten Zeitpunkt, jetzt mal die eine Aktion zu bringen, das tat ihm auch nicht gut, obwohl ja eigentlich der Weg zum Erfolg von Caio Boraglio war, wie gesagt, ihn zu outstriken, ihn über mehr Output irgendwo zu besiegen, naja, wie auch immer, so plätscherte halt irgendwie der Kampf dahin und Caio Boraglio sah in den meisten Szenen, finde ich, all in all einfach besser aus, bis wir dann halt diesen Knockdown nach drei Minuten der fünften gesehen haben, durch diese satte 1-2, dieses extrem harte Ground-in-Pante hinterher, ich glaube im Chat hieß es eben, dass man überrascht sei, wie lange da diese Phase noch weiterging, verstehe ich, der ist schon, also vor allem die Art, wie er zusammengesackt ist, sah schon relativ übel aus, das Ground-in-Pante schon auch, aber, ja, keine Ahnung, dadurch, wie lange Cannonier da drin dann auch noch hing, wurde man ja eigentlich bestärkt, dass das schon in Ordnung war, also, war dann halt auch eine interessante Entscheidung von Caio Boraglio zu dieser Armstrahlung überzugehen, nachdem er vergeblich versucht hatte, diese Crucifix aufzubauen und eigentlich davor ja ganz gut auf Ground-in-Pante gelandet hat, die Armstrahlung sah auch eng aus, also, der Kopf von Cannonier wurde ja wirklich blass so, der wurde ja, wurde ja gefühlt zum Halbschwarzen, der hatte erstmal so, ein Hältanteil wurde zum Weißen so, für zwei Minuten, also, dementsprechend wenig Blut hatte der im Schädel, aber er ist halt nicht weggepennt und das war natürlich trotzdem alles Phasen, auch wenn es aussichtsreich aus sahen, den Boraglio auch hätte Schaden machen können, wie auch immer, er gewinnt diesen Kampf ja absolut verdient, nach Punkten, setzt ein weiteres, sehr, sehr großes Statement, ist halt jetzt, wie gesagt, Teil der Top 5, das ist schon crazy und, ja, Spekulationen, gegen wen der als nächstes kämpfen darf, ging im Chat ja schon weiter, ich hatte, nach dem Gespräch mit Merle, nach dem Drikus, Adesanya-Breakdown, auch das Gespräch, wie soll es weitergehen mit Izzy, und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass tatsächlich so ein Cayo Boraglio auch in den Adesanya kämpfen darf, die Frage ist halt, ob der so ein Duell annimmt, also der Name-Value, auch wenn der jetzt ein Statement gesetzt hat von Cayo Boraglio, ist halt noch nicht so richtig da, aber der hat jetzt sieben Kämpfe in Folge gewonnen, vielen Dank für die Info im Chat, danke dir Max, weiß ich sehr zu schätzen, ja, also ich halte es dementsprechend wirklich nicht für ausgeschlossen, dass auch so ein Kampf zustande kommen könnte, weil Statements wurden gesetzt und Alternativen sind noch nicht so richtig da.